Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghostwire Tokio. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden, mal wieder. Es ist gerade eine Weile her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Folge KAKAs Spur. Ach, richtig. Da war ja was. Ich würde aber erstmal natürlich Kram sammeln, aber vor allem ans Telefon gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gesammelt habe in der Zwischenzeit. Ach, was ist in der Zwischenzeit? Ach, okay. Vermutlich mal einen Geisterhaufen beim letzten Mal. Gut, dann folgen wir mal KAKAs Spur. Oh, warum ist das rumgemauernste da hinten? Das ist schon niedlich. Können wir die aufnehmen? Ja. Zack. KAKAs Spur. Jetzt habe ich einfach nur den Marker, oder? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir wieder so eine Geisterspur bekommen. Warte, wo geht es hin? Da irgendwo. Wieder auf einer Baustelle. Ich will da nicht rein. Oh! Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen länger in der Erde. Das ist nicht so. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ey du, warte mal hier! Ich kann die Kinder... Ich kann die Kinder wieder schicken, weil das ja auch eine gute Kinder sagt, da dran. Krass, die Würfel in Ruhe. Meine Würfel. Das ist so schön. Naja. Wobei, sie haben Bamm-Muskel. Treffen wäre so eine Sache, ne? Äh... Wo ist das denn? Was macht das? Ah! Ich wusste, dass du da bist, aber ich wusste nicht, dass du schon so nah bist. Die sind von uns so nah. Ja, jetzt kann ich... ... erstmal ein paar Geister entnehmen. Weil ich ja nicht grad welche weggebracht hab. Aber ich will mich nicht besperren. War's das? Eine Katze. Eine Katze. Kann man hier hoch? Ja, wenn man's richtig macht, bestimmt. Oh, ähm... Das hat mir ja fehlgebracht hier. Nein, ich war da oben drauf! So. Ach, jetzt komm ich hier gar nicht runter. Ja, super. So, jetzt noch was. Warte, wo muss ich denn hin? Da irgendwo. Deswegen ist das hier... Deswegen ist das hier... Das müssen wir über alles haben, glaub ich, ne? Zumindest hier in diesem kleinen Bereich. Dann gehen wir wieder hoch. Sonst komm ich da nicht raus. Oder ich hab den Ausgang grad nicht gesehen. So. Und dann in die Richtung. Kling. Oh, was da wohl wartet? Außer Kakao. Meryl? Oh. Hat's grad gemount? Und wo ist da jetzt grad jemand? Ah. Guten Tag. Oh. Ja, mit dir hab ich jetzt nicht gerechnet. Oh. 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 War's das? Eh nicht. Aber da hinten sind doch Geister. Und da ist ein Schrein, wie ich grade sehe. Das ist nicht unser Ziel, aber es könnte eins sein. Wenn wir da hinkommen. Oh. Ein Kappa? Du bist der Kappa, oder? Ja. Ja. Dass ich nicht stolper und hinfall. Da kommst du aber früh drauf. Okay. Okay. Was? Bitte, bitte, bitte. Was? Das ist aber jetzt nicht gut. Das gefällt mir nicht. Genau, geht mal auf einen Haufen da. Nein, es hat sich beide verpillt. Ich hoffe, es auch. Das ist nicht gut. Ich muss hier weg. Hilfe. Der ist schon viel näher. Scheiße. Warum, was bringt das denn nix? Sowieso. Ja, danke. Danke. Nein. Ach, der hat schon aufgegeben. So ja, dann nicht. Ich bin zwar ein Viking, aber so einer dann auch. Vielleicht habe ich kein Elegy mehr. Au. Ich muss doch eigentlich in die Brust gehen. So in etwa. Ja. Genau so. Ein Kappa. Ja. Habe ich denn ne Gurke? Das ist ja die nächste Frage. Oh, vielleicht sollten wir auch erst mal was tun. Nügel aufsaugen. Ach, ist das schön. Oh. Ne Wasserkette. Ich kann hier keine... Ich dachte, ich kann hier ne Gurke hinlegen. Damit wir den Kappa fangen können. Hm. Na, das ist schön mit den Laternen hier. Jetzt sind wir da wieder hoch. Geister einfangen. Du willst nicht nach Hause? Nein, ich glaube, du gehst auch woanders hin. Und ja, ich muss jetzt hier durchs Wasser, statt auf einmal rumzulaufen. Warum auch nicht? Ach, sieh an. Nett. Wenn's hilft. Und uns hilft's. Ja, aber ich glaube, wir könnten weiter unseren Ziel folgen. Also der Hauptmission. Weiß nicht, wo jetzt gerade der Kappa steht. Der, die, das Kappa. Kreuz und quer, links, rechts. Ah, nein. Oh, ja, bist du. Nicht in den Nebel fliegen. Es fliegt in den Nebel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oder? Nee, doch nicht. Na, komm. Aber ich wollte den Yokai holen. Krams einsammeln. Und weiter geht's. Komm ich da hoch? Ja. Ich will doch einfach nur da hoch. Bisschen den Ausblick genießen. Überblick verschaffen. Oh. Hier sieht's nicht so schön aus. Hier sieht's gar nicht schön aus. Das wird immer dunkler. Und immer stiller. Ach du Scheiße. Man hätte sich gut von hinten anschleichen können, ne? Hätte man bestimmt ein Kiez gefunden. Au. Da hab ich mich grad vor Schrecklin gehockt. Ja. Sehr gut. Die wieder mit. Und diese mit. Ja. Ich glaub, ich geh erstmal da hoch. Nehmen wir noch die mit. Den Krams da. Also eher was. Und dann bin ich eigentlich genau da, wo ich sein muss. Ui. Äh. Ja. Ich würd ja gerne. Da rein, sagst du. Geh in den Keller. Unbedingt. Aber eine Sache möchte ich vorher noch gucken. Und zwar Missionen. Neben Missionen. Kann ich die irgendwie... Ja. Ja. Endlich. Die ganze Zeit hat mich das gestört, aber ich hab mich nie genug dran gestört, um tatsächlich mal zu gucken, ob man das, naja, wegmachen kann. Das sieht mir nicht sicher aus hier. Ach ja. Oh. Oh. Äh. X war die Taschenlampe, ne? Es war nicht X. Was war das? War es X? Was mach ich denn hier? Nein. Oh, jetzt kommen die alle zu mir. Ist ja... Furchtbar. Scheiße. Es war der Köder-Talisman. Auf einmal kamen sie alle her. Scheiße. Nochmal. Jetzt nehm ich ihm erstmal die Pfeile. Dann schaue ich mal, ob ich ihn so ausgeschüttet habe. Jetzt nehmen wir ihn was. Ich würde ihn... Ah, muss man in die Pfeile. Oh, eine Scheren-Lady. Er weiß, was du findest. Polizisten mit Regenschirm zum Beispiel. Okay. Okay. Dreh dich um. Oh. Da kann ich nicht existieren. Dreh dich um. Aber nicht zu mir. Oh. Kacke. Wieso? Ah. Jetzt kommt man fahre, weil ich die Kaste kenne. Alles still? Alles gut? Cool. Ich würde dann doch mal eben ganz gerne... Ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Ich meine es nicht so, als könnte ich es nicht mit dir aufnehmen. Bleibst du da stehen? Na, wer ist schneller von uns? Okay, zeig mal eben her. Ich würde ganz gerne hier den Kern finden. Da. Oh, da hinten ist jemand. Ne, ein bisschen Licht wäre schon nett. Es ist ja alles voll hier. Ich mach mal den weg. Von wo? Ach, von da hin. Lass es doch sein. Nee, nichts, nichts, das ist das. Nein, nein, nein. Oh, das ging ja doch relativ schnell. Okay, was haben wir hier noch? Ja, hier jedenfalls nicht ganz so viel. Das wollte ich nicht. Stimme auf? Genau das. Ich weiß nicht, ob die auf mich aufmerksam werden, wenn ich die Taschenlampe anhabe. Oh, da ist ja noch wer. Ich komm hier nicht raus. Oh, ja. Ha, nein. Stimmt, ich schlage mir öfter zu. Ich war es nicht. Ich schwöre es. Ach, was soll man denn lügen? So, wo ist er? Davon lässt du dich nicht beeindrucken, wa? Genau, geh mal da hinten hin. Da zu dem, zu dem Teil da. Oh. Wie sie lacht. Das hab ich ja noch nie so mitbekommen. Nicht gut. Nicht gut. Ja, genau. Lag doch eben. Das kann ich gebrauchen. Ich weiß nicht, dass ich das gerade gebrauchen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich stehe in so einer Sackgasse. Das ist nicht gut. Aber ich komm auch nicht weg. Das kann es doch gerade nicht sein. Wie mache ich das nochmal? Wo ist der? Da. Das kann es doch nicht gegeben sein. Haben wir es? Haben wir alle? Ja, sehe ich auch so. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt wirklich der Moment war, in dem ich das hätte nutzen sollen. Dass es hier gleich noch bösere Gegner gibt. Wonach suchen wir denn überhaupt gerade? Hab ich irgendwas vergessen? Bestimmt. Was war das? Ich hab vergessen, was das Geräusch macht. Das lässt sich ja relativ schnell lösen. Jetzt gibt mir das Essen. Danke. Noch einer. Stromkasten. Ehrlich? Für den Stromkasten. Und ein Schweinchen. Eine rundliche, rote Kuh aus Fukushima, die von einer Volkssage inspiriert wurde. Dann kann ich die wenigstens ausmachen. Das nehme ich auch mit. Das lasse ich mal hier. Vielleicht braucht man es noch. Habe ich wieder Besuch? Hallo? Bitte nicht. Ich mag hier keinen Besuch. Besuch ist immer so böse. Da hinten in der Ecke saß ich, glaube ich, eben drin. Es ist ja in Ordnung. Ich sehe schon wieder nichts. Ich kann mich nicht nur noch mal aus. Ich kann mich mal aus. Das ist ein Lieblings-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh. Das ist ja wirklich. Aber was ist das für ein Unterschied? Das ist ein Schmutziger, der Schmutzung auf dem Schmutzung. Das ist ein Schmutziger. Das ist ein Schmutziger. Ist es wirklich okay? Jetzt müssen Sie sich fragen. Jetzt müssen Sie sich fragen. Was ist das? Das ist nicht nur ein Fahrrad. Das ist ein Fahrrad zu übernehmen. Wir müssen auch das ganze Welt verwendet werden. Das ist kein Fahrrad. Also, wo ist das? Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, Rinko weiß bestimmt, wo das ist. Was warst du? Ich wusste nicht, von mir. Das war's für heute. Dann müssen wir ja jetzt, wo wir nächste Folge hingehen. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir das Motorrad einfach so benutzen könnten, ne? Und damit aber erstmal, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.